Annen, Nicola! Platz 2 für die drei Nicola und den Hasler Florian. Auf Platz 3 gewährt Andreas gegen Etlin Stefan. Im Namen des OK möchte ich ganz herzlich auch unsere Medienleute begrüssen. Das ist vom Radiozentral, der Alfons Spirig, der natürlich auch Printmedien, die hier sind. Wir hoffen, dass wir Wohl sind für die Berichterstattung und danken jetzt schon für eure Arbeit. Schöner ist am Schwingfest. Da dürfen wir noch die Meinung segnen aneinander. Das vereint glaube ich jeder. Ihr müsst nicht Angst haben, dass gewisse Leute gleich zu Gumpen kommen. Wie gewisse Sportart, die wir hier in den letzten paar Tagen sehen können. Und die Schöpfung, die wir in den letzten paar Tagen sehen können.